ich hier wie wir schon den gifte auch der trifft Ich kann mir hier kurz ein Licht anmachen, damit du auch wieder triffst. 12 und tot. Das ist ganz nett. Ihr habt gesagt, es gehört dir. 250 Gold, for free. Wurde schon geblündert. Nein. Zieh mir weiter. Sag mal. Fünf bis neun. Verkünftige dich halt. Fährt ganz schön viel aus. Auf Mittel. 12 bis 25. Ah, leider keine 25 geworden. Entschuldigung. Der hat aber schon den meisten Stress. Na toll, jetzt wieder geprüft. Wir sollten weglaufen. Verzweifelt. Die Klinge ist zerbrochen. Du kämpfst die ganze Zeit mit der zerbrochenen Klinge, du Vollpfosten. Oh Mann. Äh, hier heilen. Heilen. Gut, dem Heiler würde ich auch nicht vertrauen. Ich äscheldeutekraft. Ich äscheldeutekraft. Ahm. Ich muss wieder ganz nach hinten. Danke. Ich muss wieder ganz nach hinten. Also, Wahnsinnigen macht mich schon ein bisschen fertig. Muss ich ja mal auf zugeben. Ich mach das mal kaputt. Einer weniger. Läuft noch ein bisschen nach vorne. Dumpel-Gelock. Wie dunkeln wir diese Monster, noch unerbittlich erkämpfen. Hier, müssen wir heilen würde ich sagen oder? Hey, lässt sich sogar heilen. Plus Stress schaden, Alter. Das wird langsam ein bisschen eng. Bisschen arg eng für meinen Geschmack. Langsam muss ich noch ein bisschen Taktik und ich habe Lust drauf. 22 Stress. Ausgewichen. Ich habe unermittlich gekämpft, aber wofür? Dafür. Ich brauche eine Bandage. Geht drauf. Destroid. Hörige Hörer. Bleib hoch und in den Wald. Hm. Ich habe keine Bandage. Ich habe gar keine Bandage. So. Ich habe jede Menge Wappen. Noch ein Raumkampf. Natürlich. Sieht das überhaupt aus. Muss noch nach oben. Wenn wir noch Raumkämpfe sein sollten. Was mega scheiße wäre. Wir leben jetzt. 12 bis 22. 12 bis 22. Ah, 36. Ebbe und Flut. Nur schon mal wissen. Ähm, Heilung. Heilung war klasse. Sieben bis 13. 12. Perfekt. Schon mal die Hälfte tot, bevor Bobbill. Erinnerung kommt. Das hilft. Also noch zwei Runden am Leben. Kann ich dem eine überziehen. Es gibt keinen Ruhm, aber es gibt den Tod. Kommt her, Schurken. Bisschen dumm. Danke fürs Zurücken. Das ist hilfreich. Ja, das ist dann doch jetzt zurückgegangen. Das ist natürlich doof. Ach, 6 bis 13. 11. Gehen auch alle auf ihn jetzt. Krass. Äh, hier, Heilung. Heilung ist viel wichtiger. Der hat nämlich fast kein Leben mehr. Den kann ich auch so noch treffen. 600 Gold. 350. 250. 250. Ich würde gehen, ich würde den Stein austauschen. die ist gesichert hier ist es, sehr gut so, jetzt muss ich den ganzen Kutsch noch zurücklaufen hih die Falle jetzt, die haben dann what the hell das fand ich es aber unfair, dass ich plötzlich in der Falle stand oh, sie ist ja mittler kann gleich auch mal da rasten und dann den bisschen Stress reduzieren im nächsten Raum würde ich fast sagen, ja muss ich wieder die mittlere Aufgabe ohne rasten machen ähm ähm mhm, selbst Taktiken abwählen mir ist Stress schaden Geigen Humor, klingt sinnvoll toll der geht natürlich das, das ist schlechte aber ja äh ich kann ihm keinen Stress reduzieren mehr ja ich werde nach etwas herum warte nicht auf mich, ok mhm das ist dumm so ja, danke ich will nicht wissen was er gesagt hat ah man, ne noch 23 mehr und er ist einfach tot mein Roadfeeder 2 die die Panik allergischen Fruinen ich eigentlich nicht das hat eigentlich nicht so krasse Probleme ja mehr ist genug Fackeln ich hoffe es ist nur noch ein Kampf, man aber da hat er einen Geheimraum gefunden wohl keinen Gegens mehr ab und heiliges Wasser habe ich auch nicht schwaches Licht umgebenden Helden Stärkung plus Schaden bis zum Lagern ich kann trotzdem reingucken auch ohne Dingens ohne Schlüssel also ja das ist die Kohle nein, ich lese die nicht ähm, ihr ok wenn er bis jetzt mit Nahrung ist, muss man ihm noch Nahrung geben, damit er hier natürlich Knochenkommandant nochmal oh man, und den den muss ich töten dringend ähm wie viel macht er das? 6 bis 9 ne, ich will ihn eigentlich lieber vorziehen er ist ausgerissen er ist fucking ausgewichen 6 bis 13 vielleicht sowieso zu einem angreifen muss erstmal das Gift reinjagen so so die buffen hoffentlich wie du setzt fuck dann machen wir uns das ausweichen hier wenn jetzt gehen sie nicht auf den und noch ein Crit nein ich kann keine Crits mehr vertragen wenn er die irgendwie auch macht er freit sich nicht aus natürlich, danke 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 nächste Crit so 6 bis 13 jawohl, er ist tot also der kann mir schon mal keinen Stress mehr machen direkt jetzt im Direkt Stress hat er 33 ich folgen na wartet mir das jetzt schade vorziehen krass, dass er sich nicht widersetzt meine Flächen werden immer gravierender wenn nicht unterschlagen auch Pfiff tauch hat er fast keinen Widerstand ja Crit so Heilung 3 ich hätte auf mehr gehofft das wird auch jetzt der letzte kampf sein 23 stress noch in der tod schön das gesicht 50 lieben mann 22 mann diese heiler macht mich fertig hier spatz kann pflegen nicht auf den das stage vor hallo ist jetzt gesicht haben wir fehlen auch noch ein schaden ist Ah, geht auf dir. Sehr gut. Komm, rein, kaputt. Oh, victory.